krieg das kotzen das war zu viel damit wir doch erwärmlich daniel deine waffe ist glaube ich kaputt äh ne seh ihn vom kopf hat er für ihn schnell wer hat sich das geld gekrallt ihr penner ich sorgs nicht ich sorgs nicht hier ist noch ein roter totenkopf ach hier vorne und erfüllt level ab ich weiß ja wir müssen hier lang befrüchten hier steht 17 meter geradeaus äh ja ist auch schön wartet niemals doch so ich habe die blockade entlockt ein gelöstes finster na seht ihr deswegen taschenlampe jetzt ist jeder hell deswegen keine taschenlampe reiner ist wieder da boah reiner kotzt mich an im wahrsten sinne des wortes ich bin ein beserker haben mit dem Rage Modus ist hier nix Alter hauen wir mal hier aus Teich Zapp den für mich, komm das ist ein geiler Dern Ich bin tot Weil du ihn geschockt hast du Penner bin ich mitgestorben Über diese Violent Dance Typen Ey die nehmen mir 700 Dollar weil ich gestorben bin Ne Quatsch 700 habe ich genommen und 130 was bei uns Äh irgendwie seh ich nix hier irgendwas ist hier los Ich muss mir jetzt gerade Impfung geben Warte was mach ich hier Ah ja Reparaturkosten reduzieren Was hab ich hier erhöht kei Alter Gibt's unten irgendwas zu essen? Ja hin und wieder nicht hier irgendwas zum trinken oder so Da steht was auf! Warte Hier Nehm dir Da rutscht was runter Was rutscht was? Trinkzache Lecker Energy Drink aus der Kanalisation Mh ich bin nicht gestorben Gut Tschö Hallo meine Freunde was macht ihr denn hier? Oh Ich hab das Gefühl die mögen mich nicht so richtig Nix nicht Das war früher noch anders Da konnten wir zusammen Party machen und so Und jetzt macht ihr hier einen auf Ich bin der böse oder was? Boah das ist ganz schön finster hier Oh nein bitte nicht bitte nicht bitte nicht Weg hier Oh Gott Oh danke Bitte Was ist denn da hinten? Schreibst du dich drum rum Ivan? Weiß ich nicht Machst du hier alle Gitter auf? Ja Weiß im Grunde hier gesessen hat aber irgendwie Oh da oben schreit ein großer Wir müssen hier dann Ja Und dann hier so ein Batool rum Ja natürlich Da ist noch ein großer dahinten Wo? Irgendwo Na ja Der haut nicht Der soll mich nicht hauen Doch wie Der will wieder aufstehen Mach was dagegen Aua was war das denn? Ich hab den Spucker weg Ein rotes Level Oh da hinten noch was Ja da hinten noch was Ich kann nicht heilen Ich heil dich mal Oh hier hinten ist noch was Der Ausweis Mach mal durch Natascha Der gehört? Hm? Der Ausweis ist hier hinten noch gewesen Achso Hier so Deinen So hier Der Seacker Modus Bam 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 Oh das ist einfach Wie soll man den denn finden? Und wie viele gibt es insgesamt? Keine Ahnung Bestimmt an die 100 Was ist denn aus? Ja so Oh Und ich hab meinen Berserker schon benutzt Oh ein Irrer Hilfe So mit E treten Oh wartet mal Leute Vorsicht weg da Lockt ihn mal hier nach Oh so einer Oh 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 Der Großer Ich hab keine Muni mehr Stereo Sound kippen Schwein Ist er tot? Ja ich hab ihn erledigt Großer? Ich hab ihn zum Waffes Flieger machen mich hier leicht aggressiv Ah der Fer Ja jasse Spurenklinge Hm? Ich hab meinen Fuß Wenn wir so ein 13 Gehen wir mal vor Oh Das find ich gut Wartet mal kurz Hier kommt mal gucken Wo? Immer so ne geheimen Räume Wo bist du hin? Oh Die man hier öffnen kann Komm ich doch mal rum Ja hallo Hier zum Beispiel ist wieder ein Ausweis Wieder ein Ausweis Und die Bergstripbank Schön Kann ich was modifizieren? Nö So genau Wird mich mit upgraden Und hier Äh Darf hier an der Wand Guck Warte 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 Was wo was welche Wand Da hier Oh Geil An der Wand Ja ist jetzt so äh Wo man sich kurz Verstaufen kann Alles wieder reparieren Jetzt und jetzt Jetzt müssen wir hier weiter gehen Hier ist glaub ich Warte mal was war das? Warte mach was war das? Wart hast hier auch noch capacity Reim Wiss das nicht? Nein hier war ne Strange Ey MöBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoHaJsGnO vermut und ich gebe auch noch ein bisschen er ist ich habe ihn zu ihr und die sie hat das in seinen Schwellung glatt geplatzt ist ach das war so exklusiv das immer durch die Schießt in sich sie nicht er hat mich vertreten ohne irre mit dem Motiviert gerade hoch von mir besoffen und sterben nicht Warum seh ich alles so? Hallo, ich lieg hier Ja, ich kann dich nicht heilen weil er hat mir schon angezeigt Ich bin besoffen Warst du wieder Schnaps getrunken? Ja, ich hab ne kleine Frage Warum ist es hier so finster? Wenn mein Charakter Schnaps trinkt wird er sogar noch stärker Hier ist ein Soldat oder sowas Schau den trotzdem meiner auf dir rüber Ja, hier komm ich lass es zittern Yay, Tanz für mich Au, 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 das tut mir ja auch weh Ja Was haben wir hier? Äh, ja, nichts besonders Kritischer Schlag in den Hoden, sag Kleine Frage, warum ist es hier so dunkel? Wie geht die Taschenlampe an? Ähm... P? Ne Hab ich doch gesagt, T für Taschenlampe Achso, T. Nicht P. Ach schön Genau, Taschenlampe Das hättest du mir nicht sagen dürfen, weil das Video würde dadurch so schnell rennen durch das schöne Schwarz Tee Äh, ihr habt den... Ich seh ne Tür Die leben noch alle Ja... Bisschen Ach, hier ist wieder eine Oh, hier Energydrinks Wer braucht Ich, 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 ich Wer nicht Ich, ich Wie denn der Wärtschrank? Hm Ah, hm Hm Oh, F Knock, 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 knock Waffen gehen auch irgendwie schnell kaputt, ne? Ja, das ist übel Äh, ich glaub, hier müssen wir rein Danke Oder mussten wir jetzt... Ne, da mussten wir nicht, da ist Sackgasse Wir müssen hier rein Oh, warte, Daniel Da unten lauern Da musst du was runterschmeißen, genau Schießt du drauf? Der große... Äh, ich hab, ich hab nix mehr zum Schießen Oh, oh Na ja, brenne, du Schwein Saftsack Also ich hatte noch einen Schuss gehabt Oh, der ist nicht mal gestorben Oh, wir hätten natürlich die Gasdrücken hier nehmen können, ne? Ne, jetzt mal nicht Ja, gar nicht Na gut, ich mach ihnen alle, ich mach ihnen alle, Vorsicht Ne, kann ich nicht Au Ach du, das bist ja du Doof rumzustreichen Alter, er ist tot, Halleluja Mann, wieso... klaut ihr das ganze Geld, ihr Penner? Du kannst das doch auch Ja Oh, da ist noch seiner Höhö Oder? Oder ist der normal? Ja, das ist ein großer Ich mach's nicht nicht Am besten, wir können nur vorbeischleichen, müssen nicht unbedingt töten Ne, töten, 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 töten Hör nicht schubsen Brauchen wir aber nicht Hinter dir ein dreiköpfiger Affe, äh ne, bei Dacca mein ich Typi Hilfe Der versperrt mir den Weg, Leute Leute Boah, Alter, geht's los, ich seh dunkel und so Leute Oh, guck mal, ich boxe Ich bin unter Wasser gewesen Oh, ihr seid doch Arschlöcher, ehrlich Der hat mir den Weg versperrt Alter Nein Hört ihr mir zu? Ja, wir hören dir zu, aber wir sind ja selber gerade am kämpfen Pfff, Arschlägen Pfff, Arschlägen Beinah Hä, wo bin ich denn hier? Achso Achso Oh, ich verstehe So dann komm ran Ich hab ihn angehitet Ich verstehe Ich hab ihn angehitet Komm ran Ich hab ihn angehitet Komm ran Haben wir hier nichts zum explodieren? Boah Machen wir sicherheitshalber das Gitter auf hier Und wir flüchten können Oh, toll Und wieder unter Wasser Wir haben ihn ja auch Ich wollte richtig schön Boah, shit Oh, da liege ich Oh Wie gewonnen sind wir? Ja, ich war tot Aber ich komme schon, da bin ich wieder Boah, der hat doch mal schon viel Schnauze Erstmal einmal gegentreten Und brüllt Oh, toll Oh, warte Jetzt kriegt er einen Soll ich noch ein bisschen koordiniert machen hier Der hat mich getötet Boah Er blutet Ich seh nichts mehr So, jetzt will ich wer aus Er blutet 67 Schaden hab ich ihn grad gemacht Immer wieder Warte, du Sau Ich werd dir jetzt Einer in den Rücken treten Und noch eine Und noch eine Boah Da haut mich über die Kisten weg Boah Jetzt hast du deine Oh, wie er hier wurzelt Oh, toll Ja Ja, da müssen wir auch hin Jahusa Hä? Könnte es sein, dass wir jetzt in so einer Art Kaufhalle sind Oder im Polizeirevier Weiß ich das gar nicht mehr Stadthalle, aber ich komm da nicht raus Ah, jetzt komm ich raus Kaufhalle, ne? Die Stadthalle, Teil 1, Kapitel 7 Nur auf Einladung Sind wir eingeladen worden? Hier ist nochmal eine Dingsbank Eine Dingsbank fängt nicht gut Aber ich kann nichts Nichts verbessern Also Endlich Zombies im Kaufhau Nichts bauen Muss ich halt reparieren Ah, was wollt ihr? Zombies Verbindung abgebrochen? Weiß Welche Verbindung? Ich seh Seid ihr schon noch hier? Ich seh Ivan Ich bin da Das wars Ich seh Ivan Mich nicht? Nö Lad mich mal ein, einer von euch Ja, warte Äh Spiellobby Freunde Einladung senden Einladen Ey, das hab ich gesehen Na solltest du auch Blöde Tusse Halt dich für was besseres, wa? Oh, das sind Polizisten Ich war's nicht Ich hab keine Koks dabei Ich bin weg, tschüssi Der muss sterben, der hat ne Verwundung Der muss auch sterben, der ist auch verwundet Und Daniel? Der hier nicht, der ist nicht verwundet Äh, steht noch bei drin Ah, ok Das Spiel Versuchstaste ist nicht mehr verfügbar Was? Ah, es geht das schon mehr los Du spielst allein, möchtest du ein Möchtest du ein Äh Nein Nein Äh Warum hast du diese Zunge verlassen? Warum hab die diese Weiß nicht Weiß nicht Deine Verbindung zum Spiel wurde getrennt Oh, ich Wie, bei dir jetzt auch? Ja Bei mir Ich brech dann hier mal ganz kurz ab Oh, ich muss den ließen Entschuldigung Und so, bis denn Ja, bis denn Ja, bis denn Ich bin Ein